Die zu veräußernde gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Neukölln. Die Immobilie wurde 1900 erbaut und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 86 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 199.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.